Servus Jungs und alle herzlich willkommen zu einer Runde im Valorant. So beginnt haben wir hier. Ja, mit dabei ist Lil Daniel, weil das ein kein Penis. Patron ist der Aka Damian. Und zu Juju und es... Ah, David! Ja, und ich wollte in 4-Montieren mit dem Random, so random kennen wir nicht. Ja, ich soll immer Push-Ross. Ja, Jungs, ne? Auf jeden Fall steht ein hochfälliges Kommentar hier. Hab einen, Jungs, hab einen, hab einen! Hab einen! Hab noch einen! Was? Wir haben Bombe, ne? Kennst du die einfach? Ja, hab schon. Äh, da sind zwei noch mitte. Wo mitte? Bei the low. Daniel. Los, 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 los. Ich rushi. Hast du da schon einfach nur defend'n? Ja. Ja, ich guck von hier oben, Mann. So, dahinter, der links, glaub ich. Oh, das ist ein. Ey, hier! Bei mir, bei mir! Hinter mir! Mit Pumpe! Da, mir! Bitte! Gestorchen. Ja. Oh, Junge, wie soll man... Ja, die erste Runde lief halt nicht so gut bei uns. Ich hab keine Waffe geholt, ich fick mal Leben. Aber, jetzt geht's um die zweite Runde, Jungs. Und, ähm, hier rusht natürlich zu, keinem wohin, B, wenn ich zu A alleine. Ich werd das auf jeden Fall gewinnen. Wie immer, wie man euch's kennt, ich carry die Geld. Da oben sein, hallo. Hab einen, hab einen, hab einen! Hab einen, Jungs, auf jeden Fall. Ich hab leider nur Pistole gekauft. Sauere, Jungs. Ich lebe noch drei, zwei. Spielproben, äh, Mann. Hab ihn. Ich muss ne Waffe nehmen. Ja, du hast ne Cypher aufgehoben. Ja, bist du jetzt keine Waffe. Ist halt jetzt zwei. Johannes, kannst du heilen? Johannes, kannst du heilen? Die liegt da noch. Johannes, kannst du heilen? Ne, die hat mich gerade gehalten. Hast du 20 Sekunden, Mann. Ja, nann lass, B. Naja, das B waschen. Auf jeden Fall. Ja. Ich könnte, ne? Ja. Schläge mal rein, er will mir in den Schloss spielen. Nix. der kopf links ein pistol quick scopes ja 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 auf jeden fall scheißronde wir gehen jetzt in die nächste runde rein jungs wir sehen uns dann auf jeden fall gleich wieder so jetzt gehts wieder nächste runde steht leider 0 2 für die gegner aber es juckt uns nicht also wir haben ja auf jeden fall russen ja 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 ein pistol quick scopes ja 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 auf jeden fall scheißronde wir gehen jetzt in die nächste runde rein also jetzt gehts wieder nächste runde 2 für die gegner aber es juckt uns nicht weil wir haben ja auf jeden fall russen ja wer ist auf jeden Fall auch gewinnen können wir ruhig vertrauen da ist einer die haben diesen ganz sofort den Weg abgetatzt und auf jeden Fall granaten geflogen ey von hinten push einer ja ich push sie von hinten aber auch nicht ja ich hab mich drückt hab ihn hab ihn hab ihn hab ein ey die Hurentochter ja der Ring läuft noch ein bisschen rum hinten hinter euch zwei Leute ja und jetzt bin wir nur alleine ja Jungs kein Verlass auf euch ja dann ja 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 wie kann man campen Jungs ja wie kann man so campen ja wir sehen uns jetzt in der Runde 4 ne 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 wie das denn für uns weiter Junge was laufst du da ja 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 wie könnt ihr mich da sehen ich hab keine Ahnung die Fähigkeiten funktionieren aber auf jeden Fall und wir sehen euch in der nächsten Runde wieder ne ne das gucken wir jetzt an wie ihr jetzt rasiert das ist unser erster Punkt ja 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 Jungs Alter sind wir gut auf jeden Fall Jungs ne ja oh der Naurento kann ja was oh Jungs 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 unser erster Punkt jetzt konzentrier dich da an hier Ach ey Lukas ha 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 weee und auf jeden Fall sehen wir uns dann wieder in der nächsten Runde wieder ja wie ich hab's gesagt die Gegner sind weil wir sind alle 1 hier außer halt Patron ne sieht man alle 1 4 das neigt jemand ich versuche die von hinten zu raschen aber es wird eh nicht klappen beim einspiel wo sind die haben darf ich nicht wie man diese scheiße hat ein hat ein hat ein das war glaube ich der sniper ein gegner noch ja gut dann beschützt das bike dann so geht unsere runde so kann man von 3 0 auf 3 2 kommen das ist alles möglich ein gutes team player hat und da sind wir schon wieder nächsten und ist schon 32 so schnell geht das auf jeden fall sind wir flexen und jetzt schon da sind auf jeden fall welche ich bin geblendet richtiger darin muss den verlängungs pass auf pass auf mit dem prinzip habe ich habe ihn habe ihn habe ihn ich habe mich gehalten bin gestorben wie schlecht bin ich eigentlich unser holt ihn holt ihn ausgleich ich vertraue ich da wenn ich schon mit schneiden sehen ja 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 komm 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 ich bin jetzt läuft ja 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 ich laut selber und so meine mails versieren recht heftig da ist einer auf jeden fall habe ihn habe ich habe ihn habe ich habe ich habe mich geholfen wo bist du denn du bist am arsch schreckt ja da steht f aber du hast wahrscheinlich im hintergrund meckles ja ich habe immer spüren meckles auf pc aber jungs ist kein problem ja ja dank lukas dass mich so gebetet jungs so kann man eine runde auch verlieren das hat erst gemacht wir sind dann in der nächsten runde wieder ja es steht 3 zu 5 leider aber es ist halt immer machbar und wir werden uns hier noch auf jeden fall gewinnen da glaube ich fest war gerade unlucky weil mein mate sagte ich soll ihn wiederbeleben danke dafür mehr wenn sich mehr welt geht nicht aber einfach ein habe ich selber weil ego das noch einer ich bin gestorben meine hielt jungs also da ist eh noch einer wenn das ist so verkackt ne ein einziger jungen wie ich damit piste ja jungen kicken ja was macht er so sehr spaß ich kann nicht kicken und da sind wir aber auch eigentlich verlieren erst mal als letzter überleben da aber ja kennen kann ich auch alle bei der sparen jungen ja da kann ich nicht mehr schaffen da kann ich nicht mehr schaffen wir sind ja nächstes mal wieder wenn ich schon wieder die bombe von oben fliegen gesehen und das ist eine röschung wie die laut ist immer gut einfach in der mingruhe ich war schön von hinten schaffe ich habe ich habe ein 6 ap aber auch hat nur und da sind 23 gut zwei gut bei den jahren das ist einfach laut wie unser mail ist eigentlich auch ein geld ich hab dir einfach so ein das platziert ich weiß von wo ich weiß von wo er alles wird das macht ja das da oben im haus ja da der ist tötet ja achso gut er ist tötet ne daniel wir haben die verdächtige spiel ja was ist das ach das war eine global ult cool ja du spielst first time okay sehr schöne jungs haben wieder die runde geworden sind auf jeden fall in der nächsten runde wieder ja jeder man hält bist du ja 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 hey bis am start jungs am start gehe auf jeden fall so was jetzt wasser nächste colage coming real so yeah aber gespielt von solo ja safe kannst du machen ja irgendwie sollte no hands die meisten kills haben die hat ja gar nix dass wir haben dann bei no hands damit zeigt mir deine rapid fire skills das ist so komisch das kannst du das da ist einer komm 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 HAHAHA ja du bist auf jeden Fall man aber Damian wieso spielst du ohne Kopf? ja ne letzte Runde lief so schlecht da bist du kurz vor deinem Wechsel steht 4-7 aber ist halt noch möglich ja 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 wow Alter ich One-Shot tschu ja ich bin man in diesem Game ja Damian du bist Ultimane weißt das eigentlich das weiß ich trotzdem ist Ultimane da sind drei Leute mit irgendwo ja 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 komm Lukas time to shine die Rocket Loungeer ne oder ich weiß nicht keine Ahnung so auch der Cheaters so jetzt sind wir beim Wechsel jetzt bis wir hier dürfen das wird auf jeden Fall nicht einfach weil wir haben einen Rückstand im Rücken 4-2 wir haben Rückstand im Rücken ja sorry ja nur du hast Deutsch studiert Junge nur du warst auf dem Liste ja nur du warst da cool ne auf jeden Fall ja die sind alle B gewesen Junge der ist so low 10 HP der Huren so ja wenn ich das nicht wegpickse weiß ich auch nicht ja auf jeden Fall ja das Game ist sowas von lost mit irgend so einem Reller gibt das gar keinen Sinn das ist noch schlechter als Damian ne 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 da ist doch noch schlechter ja ja hallo du fühlst dich doch was für vier komm 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 komm, komm komm schaff's schon mal guten clip für den anfangs videos so jetzt haben wir wieder aufgeholt das spiel wie cool ist waffen kaufen auf jeden fall darin schluss mit pistols spielst du besser mit pistols warum denkst du dir mich hier und klagen auf die mini karte bis zum riesen hier letzter platz und wir versuchen mich hier zu klären zu coachen durch die halbe man oder da mit spiel ich frage mich einfach warum man so spielt kommt macht einfach keinen sinn macht spaß auf jeden fall irgendwoher in alter es ist einfach hallo die bombe dann wieso läuft den hof dahin so hier einfach hat sich egal warum kann ich jetzt ja weiter als alles ja denkst generat auswendig 59 habt ihr gerade gesehen schlechter waren ja solcher lange bleiben auf jeden fall da und pass auf pass auf dass einer oben da sind alle da alle da kommen wir kommen 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 wir haben wir wirklich so kann mit 18 11 eigentlich alles bedankt verdanken dass sie so weit gekommen sind jetzt gibt es weiter hier und dann sind wir auf sechs punkte gekommen sonst wird mir glaube ich schon komplett verkauft aber ein wirklich nicht wirklich nicht das ist das wort ja ist mir gar nicht so bleibt kaum spiel ich hab das lau der ist links aufgeholt 7 9 also es geht immer wieder voran nicht nur noch drehen ist machbar geht aber sehr schwer ja diese mitte 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 er sieht ja auch eine reine die wir ich bin froh ich habe die wohnung schaut ja gar nicht dass sie auf jeden fall komplett durch ich habe noch eine reine das war keine dumm faxen ja 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 du wohnen hier weiß wie man hochklettert das ist alles tot auf jeden fall 7 8 zu 9 wir haben auf jeden Fall krass aufgeholt jungs 8 9 5 9 oder so ich jetzt habe gerade ein bisschen gecarriert aber es gehört auch zum teamplay dazu ja nur du bist der jäger da hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns bevor wussten sie das der hat sich einfach umgedreht hast du ja ich weiß nicht falsch war die ruhig für zwei schotze ich muss immer 100 schutz aufbauen ich halte auch kein mail dazu geschlitzter bin als mogul schon seit zum tuten aber so dass wir reinkommen wenn sie branche gehen wir gehen das kommt vorne mal auf jeden fall krass auf jeden fall krass wir sind dann nicht speit platziert ja 10 hp schau mal jetzt soll ich heal kurz ja die haben einfach auf a gelegt und das wird es noch carries ne ich würde für eins gehen weniger ah nein behält dein gear so geh einfach weg wird doch nicht ich habe eh genug geld ja 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 nach links gucken wir cool gewesen so die runde haben wir leider wieder verloren aber es macht uns nichts aus wir gewinnen das auf jeden fall noch das sind alle ich habe eine ich wollte meine mauer place nicht wiederbeleben aber meine places funktionieren nicht ich wollte das hinbekommen ohnehin gibt es ich glaube die kommen zu ja vorsicht jungs ja die sind über mir sind du euch guck mal diese zzz ist am campen und schützt trotzdem ja wenn wir mal hatten wir auch noch 5 Manns ältert ne ich dachte schon das verlassen auf jeden fall auf das ist ja links 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 hinter euch aber da steht noch einer hinter der ja keine ahnung alter diese ulti sehen boah sauber da oben ja da steht 8 11 aber man kann auf jeden fall noch alles aufholen hab ein hab ein hab ein hab ein ich sag zu damien ist man nicht erst trotzdem weiter durch wo war das jungen einer sehr low einer sehr low 20 hp ab ihn ab ihn blib mich wieder wo bist du das hier nein 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 das da ja da vorne da vorne ja rechts 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 links jungen ja ich fall gleich wieder das ja 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 komm jungs komm jungs komm jungs komm jungs komm jungs ja auf A komm komm jonas noch Messer äh einer ist da aufs Rampel pass auf Lukas du dir irgendwo wieder campen ey gut Tochter ey das ist Jonas 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 naja ja 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 montage ey sorry polage das wird wahrscheinlich die letzte runde sein weil es steht 8,12 und noch ein Punkt Matchpunkt ihr lesen konntet wird sehr schwierig für uns aber wir gehen halt niemals auf, weil wir ein Team ich muss weg, ich muss weg da, weil ich geht jetzt, ich geh fahr da kommt einer noch, einer ist noch Tunnel drin, der geht jetzt Richtung A ja, ja, nur ich schlau uns, nur ich schlau uns komm, 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 komm wir haben noch einer, einer, der letzte ich bin mir auch gegen, ich hab auf jeden Fall der ist schlecht, das kann man ausreden so, wir haben noch mal aufgeholt, von 8, 12 auf 9, 12, wir können auch gewinnen, wir haben weiterhin den Matchpoint ja, wenn ich diese Granate sehe, ich muss mich schon wieder heilen ich treffe nicht, wie schlecht bin ich, man sind alle da drin, ich bin schlecht, ich hab keinen getroffen, ne hä, ja, Junge, ich bin so schlecht, als man nicht alle holen können die müssen auf jeden Fall noch drin sein, ich glaub, die haben alle da gecampt hier, der war auf jeden Fall grad rechts, wo das X ist, das erste X von dir ach, ich finde ihn gerade, weil ich keine Kippe im Mund hab, stimmt ja, ich mach, glaub ich, ein Thumb-Höltier-Kippe im Mund, ja Daniel und Lukas machen die Coaching-Counts ja, wir gucken nur zu wenn du ihn plantet, dann wird's wahrscheinlich bei B sein, aber er läuft komplett zu A, was? er macht auch zu A ja, tatsächlich, ehrenlos, pass auf, er kann von links kommen, ne? ja, das war auf jeden Fall die Runde, ne? wir haben hier verkackt, mit 9 zu 13, aber wir sind auch alle Anfänger ich stehe gleich hier auf ETHP, komm erst mal auf ETHRONTAG wenn euch das heutige Video gefallen hat, lasst einen Daumen und ein Abo da, und schaut euch mal beim nächsten Mal vorbei und